Der Hüte- und Treibhund aus der Schweiz, der Entlebucher Sennenhund, hier bei Poi im Rassenporträt. Ursprünglich wurde er als Hüter und Treiber von Vieh- und Schafherden eingesetzt. Auch als Wachhund der ansässigen Bauern machte er eine gute Figur. Die Widerrisshöhe beträgt zwischen 42 und 52 cm. Das Fell dieses Hundes ist kurz und dreifarbig, tricolor. Seine Markenzeichen sind die sogenannten doppelten Augen. Für diese Bezeichnung sorgen die braun-roten Flecken über den Augen. Vom Wesen her ist er liebevoll gegenüber seiner Familie und reserviert sowie unnahbar gegenüber Fremden. Diese Rasse braucht also Halter, die ihn konsequent erziehen und ihn gut mit anderen Menschen und Tieren sozialisieren. Außerdem sollte der Besitzer aktiv sein und dem Hund Alternativbeschäftigung zu seinem Hütetrieb anbieten. Wie zum Beispiel Gility oder Fährtenarbeit. Wie beinahe jede andere Hunderasse auch, kann auch der Entlebucher Sennenhund anfällig für Erbeerkrankungen sein. Die Hüftgelenksdysplasie und erbliche Augenkrankheiten.